Musik Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Adventstürchen hier auf den Kanälen, die ich hier mitspielen will. Gut, gut, wunderbarer Anfang. Super Ansage läuft bei dir. Guck mal auf den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Und ich bring euch alle Diamanten. Toll. Zusammengleich gewitzt fast. Diaparty. Gib mir Diamanten. Und ich bin gestorben. Sehr gut. Und ich bin wieder in diesem dummen Dorf drin. Oh mein Gott. Slash tpskate. Ja, dann hau ihn her und dann geht's direkt los mit dem fünften Adventstürchen. Das funktioniert gut mit dem tpn. Ey, wo bin ich denn jetzt? Oh, das kennen wir ja. Oh, das ist geil. Das ist mega geil. Ey, Alter. Ich hab einfach nur aus dem fünften Advent geklickt. Ey, was ist das gewesen? Was ist denn mit euch? Ey, die Challenge verstehe ich noch nicht so ganz. Ne, ich auch noch nicht. Wahrscheinlich, wer kann alle schneller teleportieren? Nein, wer kann am schnellsten beim Weihnachtsmann sein? Ja, warte mal. Alter, Leute. Okay. Jetzt bleiben alle stehen, kommen alle hier raus. Stehen bleiben. Nicht bewegen, nicht bewegen. Wow. Was für ein Buff? Da ist ein Buff-Schalter und ihr kommt erstmal mit. Es wird noch nichts gesagt, es wird noch nichts gesagt. Es wird auch noch nicht durch diese Tür gegangen. Hab keinen Buff. Ich hab auch keinen Buff. Ich hab keinen Buff. Ich hab keinen Buff. Ich hab keinen Buff. Wow. Ne, gar keine. Okay, was ist jetzt? Oh, Speed. Was ist jetzt? Stopp, bleibt mal stehen. Hallo, alle stehen bleiben. Ja, wir stehen doch schon. So, ich hab in einer atemberaubenden Fassung hier 8 Bauwerke gebaut, extra richtig schick gemacht, damit wir die auch am besten gar nicht erst erkennen. Ja. Und für jeder, der zuerst das richtige Wort sagt, also derjenige, der das richtige Wort hat, kriegt für seine Gruppe einen Punkt. Ich würde sagen, wir schreiben es in den Chat, weil sonst kannst du nicht hören, wenn alle gleichzeitig was sagen. Okay, dann würde ich sagen, schreiben wir es in den Chat. Weil sonst geht es ja nicht, wie willst du das so schnell machen? Ja, hast recht, hast recht. Guck ich. Ja, das war ein Beispiel. Also es sind insgesamt nur 7 Stück, dafür gibt es keins, weil es zu einfach ist. Und das ist halt alles so, Lobby. Habt ihr das verstanden? Ja, ja, klar. Ja. Nein. Ja, okay. Sobald die Tür offen ist... Warte mal, Freakstar, Freakstar. Kannst du schneller schreiben als ich, dann schreibst du. Ich kann nicht schnell, also geht's nicht. Ja, bei mir geht's auch so. Hallo, ich kann die Tür nicht aufmachen. Geh mal weg. Geh mal weg. Ja, dann macht ihr die Tür auf. Geh mal weg. Jetzt. Äh. Was? Ne Scheiße. Ja. 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 Sag mal deine Farbe nochmal. Ich hab... Blau. Boah, du wirst nie erkannt. Ja, das hätte ich vielleicht noch erkannt. Irgendwas blaues ist das da wieder. Ja, was ist das? Das ist auch besonders schick. Ja. Boah. Ja, Dian. Ja, Dian. Richtig. Dian lass ich jetzt. Ja. Ja. Weiter geht's. Bin ich grad gar nicht drauf gekommen. Boah, die sind diese Baukünste von dir. Leck mich mal an den Eiern. Ja, ja. Was ist das? Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Was sind Frieda? Wer sind die drauf gekommen? Ich auch nicht. Ich hab mir gesagt, ich hab mir extra mehr gegeben. Ja, ach du Kacke. Wie das Kacke aus. Was ist das? Und jetzt weiter? Ja, Regen tränen. Ja, Wassertropfen. Ach, Bäm! Bäm! Was? Wir haben Punkt. Ja, nice Mentor. Ja, ja. So ist das richtig, ne? Ja, 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 ja. Ich wollt nicht Wassertropfen schaffen. Ach so, das geht schon weiter. Ja, dann geht noch weiter. Ja, super. Ja, haben wir. Ne, ist noch nicht richtig. Hä, was? Nee, das war nicht richtig. Nein, das war nur extrem. Ist falsch. Aber warte mal, warte mal. Ist das nicht ein... Was soll das sonst sein? Guck mal, das ist falsch. Schreib, schreib, schreib. Du sollst doch nicht gucken, man. Scale. Ja, Hyper-Ball ist... Nein, das ist auch falsch. Ne, das ist... Wieso bin ich jetzt als einzige hier drüben? Geh durch. Ja, Super-Ball ist richtig. Super-Ball, yeah! Hey! Was ist das denn? Zweiter Punkt für uns. Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Schwister. Ja, genau. Ich bin irgendwie voll der Nerd, könnte es sein. Sehr bezauberhaft. Ja, bist du auch. Genau, wie ist es richtig? Oh, Windows! Windows! Ja! So, ich dachte, Space Invade. Ja, dachte ich jetzt auch. Max, hör auf zu gucken, das zählt nicht. Letztes bin ich gespannt. Ja, okay, da war's. Creeper! 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 Ja, damit haben wir auch die kleine Bruttejagd abgeschlossen. Das war's. Ja. Pedeless! Ja, das war ein Pedeless! Das war ein Pedeless! Also, ich kann immer 15 Punkte Stand durchsetzen. Ja! War das jetzt ein Creeper oder war das jetzt ein Creeper? Nein, das war ein Creeper. Ach so. Oh, scheiße. Ja, das war auch beabsichtig. Ja, das war auch beabsichtig. Also, für MastLP und Skates 702, ich sag jetzt einfach mal so. Also, für das rote Team haben 13 Punkte und sind damit in Führung. Knapp dahinter mit 12 Punkten. Team Blau mit DC Minecraft News und Mindjerk. Und ganz weit hin mit 6 Punkten. Ach, Mentor! Wieso? Willst du mir erzählen, dass wir gerade schon wieder gewonnen haben? Na, wie gewonnen? Das ist irgendwie schade, Mentor. Was? Nein, wir haben nicht gewonnen, oder? Insgesamt seit der vorne. Aber 6 Punkte, wir haben doch gerade eben auch einen Punkt gemacht, oder? Er! Er hatte vorher 4. Was? Echt? Ah, ich check's nicht. Okay, cool. Gut. Dann war's das doch schon wieder mit dieser Folge. Ja, eine kurze Speed-Folge. Eine kurze Speed-Folge. Eine kurze Speed-Folge. Und dann würde ich sagen, oder wir würden sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ne, nur du sagst das. Ich würde das aber nicht als einzigster sagen. Wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Adventstürchen. Und ja, dann bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.